Hallöchen Leute, willkommen zur neunten Episode von Splatoon Story Modus. Wir fangen gleich mit dem nächsten Level an. Schwämme im Kreuzfeuer. Ich bin Davy und ich tue euch natürlich ganz herzlich zu meinem Let's Play dazu begrüßen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie dieses Level sein wird. Viele Level sind es ja nicht mehr. Ich habe einen Schluss getroffen und der ist, dass ich euch die Levels mit dem Amiibo eigentlich nicht zeige, weil eigentlich spielen wir, ich habe mir das nämlich ganz kurz angeschaut, wir spielen eigentlich genau die gleichen Levels hier, nur mit anderen Waffen. Und ganz ehrlich, das wäre für euch langweilig auf eine Art und Weise und deswegen erspare ich euch das. Ich habe euch hier kurz die Dinger gezeigt. Die Amiibos, wie sie... Nein! Wie dumm war das bitte? Okay, wir müssen in der Mitte bleiben. So, komm. So. So. Ja, ja, ja. Was du nicht für ein Problem hast, du hässlicher Spastier? Scheiß Plätscherding. So, da ist da unten was eventuell? Ja, ich glaube eher nicht. Sieht nicht so aus. Ich will es auch jetzt nicht riskieren. Ich vermute eher nicht, aber da unten ist was. Da, das habe ich gesehen. Das habe ich nämlich gesehen. So. Das habe ich gesehen. Da ist nämlich bestimmt, genau, gleich unser schönes Teil. Sehr schön. So. Das wird echt kritisch jetzt. Hoffentlich funktioniert das, wie ich mir das vorstelle. Nein! Oh, Glück gehabt. So, und jetzt im Schnellmarsch durch. So. Haha! Oh! Unerwartet kam das, ey. Gell? Bup! Das kam unerwartet für dich. Ja! Sehr schön. Da haben wir gleich das Teil. Die Schöne! Der Schöne! Oh! Was geht hier? Nichts. So. Einer. Ey, das ist halt jetzt unfair. So, geh sterben. Okay, wie kriege ich dich da drüben? Wow! Wow! Nein! Wow! Was für ein Glück! Was für ein Glück! Aber ordentlich Glück gehabt. So. Zack. Du gehst sterben. Sehr schön. Los! Los! So. Jo! Das war Glück. Das war dermaßen von Glück. Wow! Aber ordentlich Glück gehabt gerade. Oh! Wunderbar! 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 Schön viel Ballons mitgenommen. So. Gut und rüber und hoch. Oh! Jetzt kriegt man noch einen Herzinfarkt bei diesem Level. Umfassbar. Komm, weiter geht's. Meine Güte! Der nächste Beam. Hei, hei, hei. Das hat uns schon in sich, das Level. So, der left. Boing! Bo-boing! Das hat geknallt. So. Wunderbar. Da gehen wir hoch. So, wo bist du? Okay, da trümmen sind noch ein paar. Oh, komm. Bob! Du hässlicher Spaßst. So. Gesterben, ey. Ohne Witz. So, machen wir das wieder hoch. Prost, komm. So. Und hoch mit dir. Gut. Checkpoint time. So, kommst du her. Ich treffe euch nicht von hier. Aber jetzt aber. Hoho! Da hat's aber ordentlich Rums gemacht. Ja. Ist da noch jemand? Nein. Gut, die Schriftrolle haben wir ja schon. Von daher muss ich mich jetzt selber drum kümmern. So, nächster Checkpoint. Es wundert mich, dass... Obwohl wir das Ding schon haben, wenn das noch so viel gemacht werden muss. Oh, komm. Gut, gut, gut. Hoch, 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 hoch. Oh. Ja, das war... Sautum von dir. So, nee. Da geht's nur. Yo. Okay, ach so. Die ist runtergefallen. Hihi, hihi. Da hast du wohl gedacht. Hey, du hässlicher Verzack. Ich sterbe. Da, 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 da. So, nächster Checkpoint. So, hoch mit dir. Okay. Rup. Schön runtergesogen. Letzter Checkpoint. Letzter Checkpoint. So, oh Gott. Ich seh's schon kommen. Hier geht's jetzt gleich ab, glaub ich. Weil irgendwas hat es. Ah, das sind sie schon. So, einer ist kaboom. So, wo ist der Nächste? Da hinten. Ach, komm. Wir machen das ganz einfach. Wenn ich dich jetzt treffe, würde ich's abfeiern, aber... Da bist du. Ah, schade. So, aber jetzt haben wir dich. Nein. Okay, egal. Ist da unten noch was? Nö, eigentlich nicht. Okay. Dann gehen wir gleich zu McTrowals. Komm her. Schwämme im Kreuzfeuer. Wackel, 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 wackel. Meins, meins, meins. Ja, man könnte sagen, dass diese traditionelle Volksweise in die DNS eines nahezu jeden Inklings eingraviert ist. Ursprünglich wurde sie gesungen, um den Reichtum der See zu preisen und sich für ihre Großzügigkeit zu bedanken. Alles klärchen. So, dann beamen wir uns gleich zum nächsten Level. So, nee, falsch. Das war Level 23, was wir hatten. Gell, wir müssen Level 24 suchen. Ich glaub, das war da hinten. Genau, da ist Level 24. Und rein mit dir. Zaungasspiel in der Drehfabrik. Da bin ich ja jetzt mal wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Weil ich kann mir grad gar nichts drunter vorstellen. Hm, okay. Alles klar. So. Ich frag mich, wie man da... Achso, okay. Ja, ja, ja. Okay, I understand. I understand. I understand. I understand. So, gut. Da drauf. So. So, eins. Zwei. Zack. Alles klar. So. Da markieren wir gleich. Ähm, hallo. So. Oh, gut. So, das nehmen wir mit. Ja, da gehen wir auch natürlich drüben hin. Okay. Okay, da geht's speziell wohin. Da geht's in zwei Richtungen. Das ist merkwürdig. Na ja. Ich denk mal, das wird der Hauptweg da sein. Vermut ich mal der hier. Also sicher bin ich mir jetzt grad nicht, welches der richtige Weg sein könnte. Ich geh jetzt einfach mal in den Weg rein und hoffe aufs Gute. Ne. Okay. Das schießt mich einfach darüber. Dass ich nicht runterfallen kann, oder was? Ist es so schwer, dass ich runterfallen könnte? Hm. Oh. So, du gehst schwer ab. So. Holen wir uns den Kofferle. So, gut. So. Ganz unerwartet, hä? Wow. Ganz unerwartet. Nein. Wow. Ich war wieder viel zu hektisch grad. So Spezialwaffe. So, haben wir da unten was? Nee, nett. Okay, markier ich mir das? So. Wow, 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 wow. So, okay, sterben. So, okay, sterben. Ja, saubere Arbeit Nummer 3. Hä, was habt ihr denn von mir erwartet? Ich mache ehmere saubere Arbeit. Nur wenn ich zu hektisch werde, dann wird es ja leider unsauber. Jo. Rüber. So, markieren wir, markieren wir, markieren wir, markieren wir, markieren wir, markieren wir. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, dann sieht man da irgendwas zum Holen. Eher weniger, nein, obwohl das da unten gefällt mir nicht so wirklich, ganz ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie runter können. So, checkpoint time. RIP. Okay, wir können auch wieder zurück. Warum? Das ist die gute Frage. Irgendwas hat es hier zu bedeuten, rein theoretisch. So. Und warum können wir da drauf? Das ist die andere Frage. Oh Gott, dass wir da wieder zurück können, oder was? Mhm. Interessant, interessant, interessant. So. Das ist ein Okta-Rekrut oben auf diesem Tretings. Mhm. So. Den haben wir einfach platt gemacht. Ohne Probleme. So. Gut. So, dann gehen wir erstmal da auch rüber. Oh, war das knapp. Oh, und wir haben, wir haben den Scheißzettel. Oh, war das knapp. Habe ich alles? Gut. Weiter beamen. So, checkpoint time. Wunderbar. Das ist echt wunderbar. So ein dicker Brummer. Ja, lass deine Granate woanders da liegen, aber nicht bei mir. Nein, nein. Das war so ein dummer. Oh Gott, war das ein dummer Fail. Gott, ich habe gar nicht den Abgrund gesehen. Das ist so traurig. Ich habe den hässlichen Abgrund nicht gesehen. Das ist ja echt traurig. Wow, wow. So. So, okay, sterben. So, sehr schön. Hallo? Wow. Oh, ich habe gerade überlegen müssen, wie ich jumpen tue. Meine Güte. Oh, war das gerade Glück. Das war halt echt gerade heftig Glück. So, checkpoint. Gut. Oh, gerade habe ich echt verdammt Schiss bekommen. Nein, ich komme nicht da dran. So, und ich muss jetzt genau da drauf fallen, oder was? Ha. Sehr schön. Sehr schön. Das haben wir wunderbar gelöst. So, okay. Gibt es da irgendwas Besonderes? Aha, da gibt es doch ganz... Da gibt es eine ganz eingefärbte Fläche. Und da unten, das gefällt mir auch nicht. Also, markier mal so viel, wie es geht. Okay. So, machen wir mal. So viel, wie nur einfärben. So viel, wie nur möglich ist. Lass uns die Welt voll spritzen. So, okay. Gut. Da wird bestimmt voll die Gegner unter den Lungen. Vermute ich mal. Aber, nee. Gar nichts. Ey, das ist jetzt echt merkwürdig. Okay. Da bin ich jetzt eigentlich umsonst runtergesprungen. Gut. So. Jump, jump. Oh. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Hoch. Wunderbar. Das haben wir doch fein gelöst. So, da geht es jetzt bestimmt nach links, oder? Oder doch nicht? So, letzter Checkpoint. Let's start Checkpoint. So, gut. So, gesterben. So, jump. So, gut. So, einmal. Habe ich irgendwas versemmelt? Nein, eher weniger. So. So, das wird jetzt ein Jump, glaube ich. Wow. Wo kommt dieser Schuss her? Da ist noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, gesterben. Wunderbar. Ah. So, das müssen wir gut einfärben. Obwohl, wir können ja auch da runter noch. Sehr schön. Okay. Können wir wenigstens da noch ein bisschen was einfärben. Sehr schön. Oh, und ich habe jetzt gedacht, hier unten sind wieder Gegner. Aber eher unwahrscheinlich, so wie es aussieht mal wieder. Komisch. So, komm. So, dass dieser Jump auch funktionieren tut. Tun wir alles einfärben hier. So, nein. So, gut. So, ready. Get's it. Go. Oh. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Komm, komm. Jump, 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 jump. Ach. Verdammt. Da muss ich noch ein bisschen einfärben. Dass es passt. Hallo. Komm runter. So. Da schaue ich gleich, dass es auf der anderen Seite auch passt. So, gut. Oh. So, jetzt aber. So, wunderbar. Hat doch gepasst. Wie geschmiert. Ach, Davy. Ach, Davy. Was verzapfst du wieder? Oh, komm. So, komm hoch, hoch, hoch. Okay. So, komm, komm, komm hoch. Wunderbar, da ist der Elektro-Walz. Gut. Komm her, mein Süßer. Zaungastspiel in der Drehfabrik. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort auf diese Fragen sind unwichtig. Vertrauen wir lieber dem Schicksal und verbringen wir unsere Tage und Nächte mit einem niemals endenden Fest. Genau, es gibt nämlich auch wieder ein neues Splatfest. So, Level 25 wartet auf uns. Mit großem Vergnügen. Oktofluder auf der Jagd. So, jetzt geht's runter. Wunderbar. So, oh, das sind sogar Vögelchen gewesen. Hallo, meine Freunde. Okay, wir haben wieder die Duschvorhänge am Start. So, die gefallen mir überhaupt nicht. Ah, da ist der Schlüssel. Sehr schön. Den hab ich. So, gut. So, hier. Ab. Hier ab. Oh, da ab. Sehr schön. Okay, wo ist der? Ah, da sind noch Kisten oben drauf. Das gefällt mir nicht. Und ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich will die Kiste mitnehmen auf jeden Fall. So, ja, ja. Du hast mich schon gesehen. Ich weiß. Was du nicht für ein Problem hast. Ah, jetzt bin ich eingekreist. Oder doch nicht. Weil die einfach wieder zu blöd sind, die Viecher. So. Da. Komm. Oh, verdammt. Da ist was Wichtiges da oben, glaube ich. Oh. So, wo schießt mich das hin? Bitte hoch. Yes. Sehr schön. Das hat mich wenigstens hochgeschickt. So, jump. So, okay. Sterben. So, komm. Ich will die Kugeln haben. Sehr schön. Dann können wir gleich die letzte, äh, das letzte Level für unsere Waffe erweitern. Wenn wir das schaffen, jetzt ohne Probleme. So. Dankeschön. So, gut. Du warst es. Das war, hier ist gar nichts mehr. Nur noch da drüben einfernen, dass der Jump funktioniert ohne Probleme. Und weiter geht's. Sehr schön. So, da ist der nächste Schlüssel. Der nächste Container. Ei, 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 ei. Das wird jetzt was. So, jump, 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 jump hoch. Oh, wow, wow. Da ist... Das wird jetzt wunderbar, glaube ich. Komm, ja. Sehr schön. Yo. Sehr schön. Wie soll ich das schaffen? So, gut. So, weiter, 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 weiter. Okay, ich muss da hoch. Nee, da kann ich nichts einführen zum Hochgehen. Das gefällt mir nicht. Yo. Das ist jetzt echt unfair. Gerade hier. So, aber da ist noch... Sehr schön. Okay, da ist noch ein Aktenkoffer. So, was geht hier? Ja, da ist der Schlüssel. So, ich muss zum Schlüssel. Komm. Ah, den habe ich wenigstens noch mitgenommen. Yo. Das ist unfair. Komm, verpiss dich. Yo. Sehr schön. So macht ihr es fein. Sehr schön. Das haben wir gemeistert. Oh Gott. Oh. Oh. Hoffe... Oh, nein. Das ist ja unfair. Oh Gott, wird es knapp. Boah. Komm. Ich spring jetzt hier runter. Meine Güte, haben die mich eingekreist, die Viecher. Ist ja unfassbar. So, dankeschön. Was? Letzter Checkpoint? Okay. Nein. Hoch mit dir. Jump, 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 jump. Ach, das verkacke ich schon wieder. Wie Sau. Ei, ei, ei. So, hoch mit dir. So, du gehst down. Ja, das will ich haben. Danke. Sehr schön. Einschlüssel. Wunderbar. So, da geht es weiter. Reicht der Jump? Müsste reichen. Ja, wunderbar. Ah. Oh, komm. Okay. Da unten ist doch was Eingefärbtes. Das interessiert mich jetzt brennend, was es sein soll. Yo. Komm. So, geh sterben. So, sehr schön. Wunderbar. So, da hin. Ei, 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 ei. So, haben wir irgendwo was noch, was an Punkte angeht? Ich muss mal ab und zu runter gucken. So. Nein. Da will ich nämlich nicht hin. Ich will wieder da hinten hin. Sehr schön. So, noch den hier mitnehmen. Wunderbar. So, jetzt gucke ich mal. Was geht es uns hier noch so für eine Party ab? So, ansonsten haben wir alles. Außer den Koffer hier. Sehr schön. Wow, wow, wow. Oh, Stor, hab ich das grad verkackt. Oh, hab ich das grad verkackt. Gott, hab ich das grad verkackt. Komm. Weiter. Vor, 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 vor. Komm. Schnell einferben. 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 Yep. Gott, hab ich das grad verkackt. Und schon wieder. So, sehr schön. So, einferben. Das ist für ein Wunder. Wow, war der knapp. So. Sehr schön. So, gut. So, aber jetzt. Das gibt's nicht. Der ist zu weit, der Jump, glaube ich. Der Jump ist zu weit. Ich muss mit einem Teil da. Ich zieh. Oh Gott, wird knapp. Wow, war das knapp. Da ist mir hier grad richtig die Arschklammer gegangen. So. Den Jump haben wir gemeistert. Wow. So, komm. Führ mich da vorhin. Sehr schön. So, wo ist jetzt der eine hier? Ich brauch hier einen. Komm. Hier fehlt einer. Komm. Kommt jetzt. Ah, da ist er. Sehr schön. Weil dann ist der Sprung ein bisschen einfacher. Wunderbar. Machen wir uns doch ein bisschen einfacher. Jo, der Elektrowalz ist schon da. Das ist doch echt nicht normal. So. Wie komm ich jetzt da rüber? Ich hab irgendwas verpasst. Irgendwas hab ich verpasst. Weil da ist die Kiste, nehm ich. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. 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 Wie komm ich da runter? Was hab ich da verpasst? Das ist ja umfassbar. Da ist das Teil. Das gefällt mir echt grad nicht. Okay, dann bänden wir einfach jetzt das Level. Oktofluter auf der Jagd. So, und ich schneide es soweit. Und hole mir schnell das Teil. Unfassbar, Leute. Ihr könnt nicht glauben, wo das Ding ist. Hier, gleich am Anfang. Ich hab grad die Kamera gedreht. Und wo ist da? Oh, das ist ne Plattform. Unfassbar. Ist ja echt traurig grad. So, und wo fielst du uns hin? Genau da, wo wir hinwollen. Unfassbar. Da ist sogar unser schönes Teil. So. Da haben wir's. Wunderbar. Oh, komm. Geh ganz schnell hoch. Oh, ist ja unfassbar. Oh. So. So, gut. So, home, bis gleich. So, die Wissenschaft warnt vor einem Ansteigen der Meere. Doch niemand will es glauben. Die menschliche Zivilisation wird im Meer versingen. Wird auch dieses flauschige Wesen von der Wellen verschlungen werden? Das wissen wir nicht. Die Mieze. Der Schiri-Mieze. Das wissen wir nicht. Das können wir schlecht urteilen in dem Moment. So, zwei Elektrowelze und der SN-Boss warten auf uns. Also, das war's mit Splatoon für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.